Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit deinem Trainer aus Leidenschaft, Mike Stolzenberger. Ja, ich habe heute eine schöne Torschussübung für dich, wie du hier schon in der Skizze siehst. Ja, es passen zwei Spieler hin und her und dann entscheidet der hintere Spieler, wann er losliegt, wenn er sich löst von seinem Gegner. Der andere versucht, den beim Schuss zu hindern und das von verschiedenen Positionen aus, vom Zentrum, von außen, jeweils rechts und links. Ja, nach dem Lösen versucht sich der Gegenspieler von der Seite sofort Druck auszuüben und den Spieler dran zu hindern am Torschuss. Ja, die Spieler sollen zielstrebig sein, direkt einen Weg aufs Tor und natürlich die Murmel reinmachen. Ja, sonst brauchen wir ja keinen Torschussübung machen. Ja, bei Torschussübungen passieren immer die dollsten Dinge, wie jetzt hier gleich ein Fernschuss, der gegen die Latte knallt oder ein feiner Heber in den Winkel rein. Alles ist mit dabei. Ja, lass ein Like da, mein Bester, und ein Kommentar und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du mich verfolgst. Also, bleib mir treu.